Moin und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Weiter geht's nach dem Intro. Wie ihr seht, das ist die GoPro 12 Hero. Black, Entschuldigung. Dieses Jahr soll ja die GoPro 13 Black Hero kommen. Ist das die letzte Chance für GoPro? Gute Frage. Was soll die E13er haben? Laut Gerüchteküche. Ich erwarte schon einiges. Es soll 8K Videoauflösung kommen. 5K Videoauflösung mit 120 FPS. Ein neuer Chip GP3. Denn ein neuer Bildsensor. 1 Zoll. Das wäre in der Kleine nicht schlecht. Bessere Low Light Performance. Einbindung von KI. Und ein modulares Kamerasystem. Das ist das, was ich bisher so rausgefunden habe. Also bisher würde ich sagen, wird das aber dann nicht der Game Changer. Der größte Konkurrent für GoPro ist die Insta 360 Ace Pro. Die andere nicht. DJI spielt auch mit. Also um Gottes Willen. Ich vergleiche GoPro momentan wie Nokia. Ich weiß, das ist weit hergeholt. Aber Nokia war ja auch mal das Nonplusultra unter den Mobilfunktelefonen. Bis es denn die ersten Apps gab. Und die haben es einfach verschlafen. Die haben sich mit ihrer Software ausgeruht. Wie auch immer. Ist ja auch egal. Ich nehme mal zum Vergleich die Insta 360 X4. die ich wunderbar ohne weiteres Zubehör mit der DJI Mic 2 per Bluetooth koppeln kann. Ich verlinke euch mal das Video dazu. Ich erwarte schon einiges von GoPro. Dann kommen wir wieder zu meiner ursprünglichen Frage. Ist das die letzte Chance? Ich würde sagen fast ja. Also ich bin nun kein Aktionär. Ich gehöre zur Art Fangemeinde von GoPro. Ich habe ja auch welche aus China getestet. Die auch nicht schlecht sind. Aber ohne Zusatzgehäuse 10 Meter Wassertief. Bei den reinen Action Camps, die jetzt zu China kommen, muss ich immer ein Gehäuse dazu haben. Es sind einiges billiger. Aber es ist natürlich nicht das Nonplusultra. Hier habe ich natürlich auch noch den Lens Mode 1. Ich kann vieles, was ich unter der Hero 9 hatte, die hatte ich vorher, vieles mit benutzen. Das finde ich gut, kompatibel. Was ich aber schade finde ist, ich habe auch die GoPro Max, dass ich kein externes Mikro, sprich von anderen Herstellern, außer jetzt die AirPods Pro von Apple, nicht weiter anschließen kann. Nur über den Medi-Mod, den habe ich auch, den kann ich das mit USB-C anschließen. Also hier müssten noch ein paar Lösungsansätze kommen, auch dass der USB-C Anschluss frei zugänglich ist. Also sprich, durch eine Extra-Klappe, so wie bei Insta360. Also ich hoffe, es passiert einiges. Aber na gut. Das sehen wir erst dann, wenn die Kamera wirklich vorgestellt wird. Also ich hoffe mal das Beste. Und dann würde ich sagen, soll es das hier auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, denn ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.